Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum CLP von WoW. Heute haben wir mit dabei den Zoragor. Servus. Den Didi haut dich. Hallo. Und den Frecky. Mahlzeit. So, ich hätte im Süden, hätte ich hier noch Sprecher für die Toten und Nachschub unterbrechen. Außer wir sagen, wir fliegen gleich rüber nach Talador. Aber da wüsste ich nicht, wo ich da mit den Quests anfangen soll, weil das zeigt er mir gerade noch nicht an. Ich hab keine... Das ist diese Quest, die du vorgelesen hast. Ach ne, es geht ja erst mit 98 drüben los. Die hab ich gar nicht. Ich hab jetzt noch Schlingenherz. Warte mal, hier, hier, die Misses hier, die hat die Quests gehabt, hier die Verteidigerin Isia. Ah, ich hab hier noch gar nichts angenommen. Daran könnte es natürlich liegen. Dann nehm ich die mal an. Neuigkeiten von den Spitzen von Arak habt ihr nicht. Äh, du, 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 du. Ich schon. Ich auch, aber die Spitzen von Arag, doch das wäre 96 bis 98. Wollen wir dann nach Arag runter? Wäre eine Variante, oder? Aber dann breche ich die Quests hier in Talador, breche ich dann ab. Ja, dann breche ich die auch ab. Obwohl, die eine ist ja... ...rechnet... Ach, dann ist es noch ein Schattenmondtal. Also die eine dürfen wir, glaube ich, nicht abbrechen. Oh, ich habe jetzt beide schon abgebrochen. Ja, die kannst du ja nochmal annennen. Welche wolltest du jetzt machen? Neuigkeiten von den Spitzen von Arag. Genau, die müssen wir haben. Wollen wir da hinfliegen, Anna? Ja, wo muss ich denn da hin? Spitzen von Arag, das ist... Wo ist denn die? Hä, bin ich doof? Erstmal muss ich den Schattenmondtal. Ganz unten. Blick einfach auf den Pfeil und dann los geht's. Ach, ich muss in die Garnison. Na, da können wir doch den Garnisonsruhestein nehmen. Echt? Ja. Hä, was ist mit dem denn? Wieso haut denn der dich? Wieso hauen die dich? Weiß ich nicht. Ach ja, das ist ja gar nicht so. Dann fliege ich mal runter. Oh. Auskaut. Ach, ich habe noch sechs Minuten. Ich muss fliegen. Also. Ich fliege mit. Habe auch noch 1,30. Muss ich jetzt laufen? Bis davor. Ach ja, die lieben Wartezeiten. Ja. So. Bob, 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 bob. Außerhalb. Geht ja fix. Ja. Ach, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, ich habe doch da irgendwas, was fertig ist. Nachtwache, Gefahr von oben. Ist das mein Tisch? Buffetstisch. Das ist ein falscher Idee hier, ne? Entschuldigung. Habe ich noch irgendwas zum Schreiben hier? So. Was ist das denn? Vertrag? Boah, scheiß Leute, Zeiten. Tschüss. Ich müsste mal in den Foren gucken. Das wird bestimmt überall bemängelt in den Foren. Ach, warte mal. Hier ist er doch. Ah, es gibt ja auch 100. 100.000 Tipps. Aber keiner funktioniert. Hast du ja alles schon ausprobiert? Einige, ja. Cash-Ordner sollst du löschen. So als üblicher. Dann gibt es noch einen, du sollst diese, also standardmäßig ist, die, ähm, Training angestellt in diesen Blizzard-Launcher. Hm? Launcher, Launcher. Und das sollst du ausstellen, habe ich auch ausgestellt, aber hat alles keine Wirkung. So, ich warte dann vor den Toren der Garnison. Also wir können mit dem Flugmeister fliegen, der... Ach, können wir? Ja. Dann, äh, nehme ich den doch auch. Dann sehen wir uns dort. Du gehst erst an die große Tafel für die Mission. Mission. Ich bin ganz ohr, bleib's auf. 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 Äh, Flugmeister, er hier. Für die Allianz. Auf, in die Spitzen. Mal gucken, wenn der Zoragor sein Level-Up hat. Ach nee, kommen wir trotzdem nicht in die Himmelsnadel wegen Ausrüstung. Fert. Es ist Kette, ne, Kette kann... Weiß nicht, ob ich, ähm... Was ist denn mein Niedriges? ...Mega-Leder-Verarbeitung habe, aber ich glaube nicht. Wie gut, dass ich hier in Arrak schon die ersten Quest-Anknummer habe. 530, also ich bräuchte, vom Prinzip her bräuchte ich auch nur eine neue Brust. Also Schmuckstücke könnte ich euch irgendwie herstellen, könnte ich bauen. Schamuckstücke. Das ist was hilft. Ja, eines würde ich nehmen, weil da habe ich noch ein 547er. Ja, kann das in der Tausse. Gernens. Gernens herstellen. Irgendwas Schönes mit Beweglichkeit. Da kann ich, glaube ich, 540 oder sowas herstellen, wenn ich noch genug von diesen Dingern habe. Muss ich schauen. Das ist gut. Ein dunkler Wind weht. Vielleicht auch 640, super. Mal gucken. Ach, die Autie ist da unten. Wo ist die? Mein Questgeber schon? Äh, nee, der ist noch weiter unten. Hast du hier oben, wo wir sind, die Quest schon gemacht? Ja, habe ich schon fertig. Ach, die Autie ist da unten. Okay, bis dann. Bis dann. Ach, jetzt habe ich so deine Nummer angenommen. Oh, entschuldige. Ich muss mich gerade am Ohr kratzen. So, halt, falscher Knopf. Man. Jetzt. Wann mal, hier gibt es, glaube ich, noch irgendeinen Schatz. Oh, was ist das? Hä, wo bist du denn? Ach, da. Nee, das ist Ralf. Ah, super, das ist für 98. Klasse. So. Dann, wo müssen wir jetzt hin? Da drüber. Wie zählt dir noch zu 98, Shadow? Äh, 75%. Das ist auch noch ein Stück. Wenn der Rabe den Tag verschlingt, wer schickt euch? Also hier gibt es erstmal, das haben wir nicht jedenfalls eine Schulter, 5,68. Nee, ich habe noch keine. Also, die bekomme ich, wenn ich was mache. Sollen wir denn jetzt machen? Verwitterte Flügel, äh, Flügelklingen, zerlumpte Masken. Hat der angenommen? Klingschwinge töten. Ja, äh, Soda Godo auch? Ja. Okay. Gibt es denn diese Klingen? Waren die in den Mobs drinnen? Nö. So, hier ist das Typ. Ah, da gucke. Verlumpte Maske. Na, dann, äh, suchen. Masken. Auch das andere ist da unten. Wo unten? Ähm, andere Seite. Da war auch. Ich kann mich erinnern, dass da auch noch irgendwas war. Ja. Ich kann auch ein Ziel. Pass an, wie ist hier. Ich hüpfe. Da sind sie. Ich komme. Hier oder so. Da war. Was war man denn? War noch einen von den Klingfuzzis? Ah, hier. Ich habe kein Ziel. Wenn ich getriebe. Ich muss bei ihr dran. Ich glaube, ein Ziel. So, das war's. Was gibt's denn hier jetzt? Oh, ein paar Schultern. Und solltet ihr den Herold ablenkt? Unsere Weh entkommen, während ihr den Herold ablenkt. Trefft uns an der Brücke vor dem Dorf. So, was müssen wir jetzt machen? Äh, die Typen an der Brücke treffen. Hier vorne. Sollten wir den umnähten? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Der ist aber ganz schön uneinsichtig hier. Früher oder später fahren sie alle. Keine Chance. Archäologie-Lehrer. Unterrichtet man sich in Archäologie oder in Schriftenkunde? Ach, ich habe Archäologie noch gar nicht gelernt. Das ist ja auch toll. Ich auch. Lerne ich jetzt auch erst mal. Wo sollen wir denn jetzt hin? Äh, nach unten. Ach, hier ist mir noch den Edith mitnehmen. Was hat denn der Begleiter so zum Verkaufen? Ah. Nichts. Bist du denn? Bei dem Ramoth hier. Ist auch ein Weg nach unten. Da ist er. Boah, Garnisons-Ressourcen. Wahnsinn. Brauche ich auch. Ach, jetzt. Da runter müssen wir. Ja. Guck mal, hier gibt es irgendwie noch einen Schatz oder so. Genau. Ja. Oben auf der Dinge ist einer. Bist du jetzt schon 100? Ne, 99. 99. Ja, dann der wäre auch. Oh, was war das? Hm? Oh, was war das? Doch, ich glaube, mir ist es mir schon mal passiert. Das ist ja super. Äh, ich gehe mal schnell zu meiner Leiche. Ja, also ich bin tot. Soragon nicht. Der hat es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja. Der hat wahrscheinlich den Fall schon wieder bekommen. Na, klasse. Bist du der Richtige? Du bist der Falsche. Äh, freigeben. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach ja, war nicht so weit. Und du konntest ja richtig. Welcherweise? Flieger. Geh halt auch jetzt. Hier unten gab es irgendwo da hinten ist dieses komische Kräuterbündel. Weil es gibt ja auch immerhin 24.000 Erfahrungspunkte, wenn du so einen blöden Schatz nimmst. Unter der Drücke, ne? Ist der. Ja. Ja, ich nehme den. Erfahrung. Naja, wenn wir dann in der Bühne sind, ist es ja eh vorbei, dann. Schattenborke, wieder ein Rahmob aufgeploppt? Ja. Ja, ja, ich verstehe. Und der irgendwelche... Der ist hier hinten? Hau halt auf. Da haut einfach das Taxi auf. Ach so. Naja, wir sind ja nicht so weit weg. Wo ist denn mein komischer Freudentanz? Ich dachte, ich hätte hier... Hab ich natürlich die Akku. Nicht mehr lange. Oh, der lässt sich glaube ich nicht spotten. Wo ist Ralf? Ralf ist an ihm dran. Und der Knurrt auch fleißig. Aber es juckt ihn irgendwie nicht, diesen komischen Borken-Typen. Na, ich mach ihn so laut. So, das ist ein Schild, na, super. Ah ja, das stimmt. So, jetzt kann ich die Quest oben auch mal abgeben. Au! Bist du jetzt am Ast hängen geblieben? Nein! An der scheiß Seitenkonsole. Habt ihr euch verlaufen? Lebt wohl. Seid vorsichtig hier draußen. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Du bist hier nicht sicher, Onneka. Die Jünger sind in der Offensive. Komm mit uns zum Terror-Geschick. Oh, wie liebend von dir, dass du an mich denkst, Rishad. Äh. Toxic Fang Venom. Giftzahntoxin. Grund hat gar nicht so einen Ressourcen. Super. Nun gut. Gehen wir weiter. Na dann. Fledermäuse müssen wir töten? Die Dinger hier müssen wir. Sowohl als auch. Hat das für euch auch gezählt jetzt? Ja. Eine Illusion zerschmettern? Ja. Wie war denn das? Das ist schon so ewig her. Ähm. Man muss die, glaube ich, einfach nur einkriegen. Hier oder so. Ich brauche ein Ziel. Kann man die gar nicht looten? Das ist ja doof. Ne. Wirklich. Äh. Ne. Da gibt's die Feder. Ach, da startet irgendein Event. Ah, jetzt muss man kurz an die Tür. Bewacht die Tür, ja? So, jetzt müssen wir diese komischen Jünger aufhalten. Eine merkwürdige Sammlung. Percy, was hast du denn da? Na los, zeig hier. Percy, der Vogel. An was war denn das in der Anspielung? Ach so. Ich glaube, Schulnötchen-Report. Oder irgendwie so. Okay, jetzt ist das Ding hier drin. Der Schulküken-Report. Sehr schön. Was hast du denn hier für ein, für ein Gilden-Wappen-Rock oder was ist das? Ach so, das ist vom Geburtstag noch, ne? Sie auch mal hier. Flupp. Genau. Wie lange geht denn dieser zwölfte Geburtstag? Oh, hau's nicht. Oh, hau's nicht. Na, gibt's jetzt da mal irgendwas? Ah, hier am 30. November Ende, da. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, Aufgabe fertig. Oh, auf jeden Fall noch Echo-Jäger. Ich bin jetzt so ein bisschen Tömmenge. Woll mal ein Fahrern. Böwege Krennen zurück in sich, das ist zu weit entfernt. Das kann die. Können wir die Kirschen an? Nee, schade. Das sind doch eigentlich auch nur Tiere. Von der Sache her schon. So, wie viele brauchen wir denn noch? Ah doch, funktioniert. Kinderbind schränke ohne Bezahl. Ich brauche noch drei, glaube ich. Jupp, drei Stück noch. Ach, Kerl, jetzt da ran. Ach, hier und ein so ein Ding stand da auch noch. Den mache ich gleich mal. Dings? Achso, der hier. So ein Illusionsgedäms. So, einer. Ich freue mich schon, wenn der Jäger wieder seine Fallen hat. Ja. Das glaube ich gern. Ach, jetzt lassen sie sich Kirschen an die Dinge. Ja, denn sie sagt mir, wieso? Wahrscheinlich, ja. Einen brauche ich noch. Ich bin außer Reichweite. Oh. Nimm mal den. Auf ein Ziel. So, jetzt haben wir. Was sind das hier links? Assassinen-Speer. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Wo gehst du denn hin? Achso, Frecky, wir müssen hier noch hin. Zum Auge. Ja, ich hatte die Quest hier noch nicht. Was ist die im Süden? Zu der Verheerderhöhle? Da muss ich jetzt hin, ja. Weil ich hatte das Auge nicht, die Quest nicht angenommen. Hier sagt sie jetzt auch, ja. Ja. Wir sind schon unten quasi. Raus da, raus da. Ich habe kein Ziel. Also ich habe irgendeine Quest, die ich noch machen muss. Das Auge. Das Auge von Anzu. Seid ihr dort gerade, ja? Der war gerade fertig. Hier unten, hier unten. Achso, ich kann das looten. Ja, passt. Prost. Ein Hexenmeister. Na, voll drauf jetzt. So. Ach, wir müssen da lang. Blub, blub. Da ist er wieder. Äh, hat es, äh, hast du die Quests, wo du gerade bist, schon gemacht? Nee, bisher ja. Ich habe hier noch welche offen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Äh. Hm. Welchen nehmen wir denn jetzt? Jetzt soll man schon... ...er Rockversteck. Über den hier. Baut ihr einfach ab. Ah, der 55er, der hier. Ich werde euch wiedersehen. Ach, du hattest die Quests noch nicht alle ab? Nee, ich konnte nicht gerade entscheiden, was ich nehme. Achso, okay. Achso, okay. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt nochmal kurz nach Norden und, äh, die Quests nochmal schnell, also die Echo-Jäger und so weiter schnell mitmachen. Okay. Äh, ich habe nur noch Echo-Jäger offen. Ah, okay. Weil wir haben gerade die drei Stück abgegeben. Ah, ja. Geht was zum Kirsch, ne? Wupp. So, da ist er. Ja, nur knapp. So, wir suchen mal halt ein paar Fledermäuse. Die müssten ja hier irgendwo sein, ne? Oh, wie gibt's? Kloi. Ah, da. Rötzl, die erste schon noch nicht. Ja, ja. Und auch etwas Unverhofftes. Es gibt viel zu besprechen. Was macht den Fracky? Komm mal. Da oben ist die zweite. Ja, oben ist relativ. Luft oben. Ist aber auch weitläufig. Fracky kommt in seine Schüssel. Ja. Hier ist einer. Wo ist jetzt der Schatz am Baum oben? Der muss doch da in der Nähe sein. Geht das eigentlich für dich jetzt, wenn wir die... Müsst du eigentlich zehn für ihn. Ja. Also hier in der Nähe ist mal kein Schatz. Hier ist noch einer. Wie viele Leute hier sind. Ups. War schon unterschossen. Ach. Ah, mein Viech ist weg. Ach, Schattenbarger mal wieder? Ja. Wer hat denn eigentlich Agro schon wieder? Fracky? Oh, nee. Du. Ich nee. Sagt Agro. Ich hatte. So, wie viele Fledermäuse brauchst du denn noch? Sechs Stück. Sechs Stück. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Hier ist sogar drei. Und? So, Fracky ist... Oh Gott, du bist ganz da hinten. Das ist zu weit entfernt. Sondern das... Da gab es ja, ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist, weil jetzt kannst du ja, glaube ich, jedem Tier kannst du ja jetzt mittlerweile alles beibringen. Ja. Und dass du für das PvP so ein Tier genommen hast, für das PvE so ein Tier, für das Questen so ein Tier. Da gab es ja immer so verschiedene Listen früher. Na ja, auch je nachdem, ob du eben Schaden machen wolltest oder vertanken. So, eine noch. Das ist keine Fledermaus. Egal, ich stand im Weg. Genau. Hat einfach provoziert. Was im Weg steht, muss weg. Hier ist noch eine. Pass an, wie sie. Wöppelzell. Abgeschlossen. Sehr schön. Wo bist du? Dann, naja, wir gehen jetzt runter nach Süden zu dem Questgeber. Und dann können wir quasi gleich wieder alle zusammen zur nächsten Quest. Dann haben wir wieder selben Stand. Drei Prozent noch. Bist du Level ab? Ja. Jawohl. Jetzt brauchen wir dann die Flügelwache. Ach, das gehört ja gar nicht zu uns. Nein, es ist ein Orta. Nee, zusammentreffender Schatten ist das nächste bei uns. Also ich habe Neuigkeiten aus Merkant. Aber du bist schon da hinten. Ja, du bist ja auch schon 99. Du darfst das ja auch. Ja. So, hier, hier warst du. Dann müssen wir jetzt da lang quasi. Nein, es war schon. Moment auf, sitzen. Ich weiß nicht, weil... Ein paar Meter hätte es laufen können. Sitze. Oh Gott, das wusste ich jetzt nicht. So, wir hatten hier neue Quests eher hier. Ich habe ja nichts geübt. Noch eine. Und ich dem kann es quatschen. Lüftet den Schleier. So, und jetzt? Ah, schon wieder er. Meine Güte. Und davon. Bleibt gegrüßt. Auf dann. Ein ewiges Hin und Her. Ja. Hier gibt es irgendwo einen Schatz. Ach, hier oben. Ja, genau. Benötigt Archäologie. Na gut, dann halt nicht. Äh, ich bräuchte ihn. Haben wir doch gerade gelernt. Ich nicht. Ach, du nicht. Ich bitte auch. Ich sitze. Wo sind der? Ach, hier oben aus dem Ding ist der. Da. Mal davor. Ich seh nicht da. Ah, kacke. Gut, da oben kann ich nicht absteigen. Und so kann ich es nicht nehmen. Kannst du nicht, wenn du drauf sitzt? Nein? Ich seh nichts. Ja, nicht. Dann warte, ich mach mal folgendes. Ich tarier das mal kurz ein bisschen aus. Und dann mach ich mal. Ah ja, jetzt bin ich abgestiegen. Genau. Jawoll. Toll. Da runtergefallen. Wo führte mich das nächste? Der Rappeninspektion. Das geht ja bis ganz nach unten. Äh, du musst auf das Seil und dann direkt auf den Schatz zugucken, geradeweise. Und dann kommst du da hin. Ich weiß, dass ich hier mal zu Fuß drüber bin. Ja, wo man noch nicht fliegen konnte, ne? Das war irgendwie einfacher. Ich hab das damals mit Avianas Väter gemacht. Ach, jetzt steh ich. Ah, daneben knüpft. Hier, steig mal auf. Hab ich. Ist nur da. So. Warte, warte, warte. Ich sag dir, wenn du abstellen kannst. Na, na, na. Na, da. So, steig mal ab. Ja. Jawohl. Jawohl. Aber wir kommen immer noch nicht in die Himmelsnadel, weil... Ich brauch noch einen Punkt, die haute ich noch acht. Warum ist das jetzt da? Oh, wir sind schon wieder am Ende von der Folge. Das ging ja fix heute. Den Typen. Was hast du denn, du? Ich schau jetzt mal in der Pause, ja? So, ja. Jo, alles klar. Dann sag ich mal, bis nächste Woche. Tschüü. Tschau. Tschüü. Tschau. Also,